So, wollte jemand noch was? Ich glaub nicht. So. Lade, lade, lade. Jo, mach mal. Casual Leder. Und eine neue Brieftasche. Was brauchen wir dafür? High Haut. Ich bin ein Typ mit plündern. Darf ich das nicht? So. Wer ist der Mann? Ich. Sekunde mal. Gibt es da bei den Fähigkeiten schnell plündern oder so? Doppelter Tod von oben. Ja, das ist schön. Marathon, Mann. Zugeknüpft durch den... Okay. Drei Punkte ausweichendes Fahren. Schwerer Niederschlag. Oh, die dicken. Geil, jetzt können wir die auch kalt machen. Super. Ja. Haben wir das noch mit? Und... Wo ist eigentlich schnell plündern? Beute-Takedown? Fennig-Fuchse. Steinwand. Chakara. Nein. Ja, shit. So. Schneller wechseln. Fockenschützen, Experte. Ok Landwaffen Weiche Landung Cooler Schütze Atemkontrolle Volver Takedown Ja, ich glaube wir nehmen das hier noch Zack Yeah Schmutz Früher war es so schön hier, lange hier Früher war es so schön, ja 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 Ok, äh, gibt es hier noch ein Laptop? Hm, nein Mission, nachladen Alles klar, brauchen wir nicht Komm, packen wir es Ah, ist voll Sehr schön War da nicht nur ein zweiter irgendwo? Zweiter Vogel? Hm Ok Jetzt geht's los Juhu Eine sehr stabile Lampe Gut Dann gehen wir mal zu unseren Freunden Doktor Ernerts Haus Ja Äh, so Gibt's eigentlich auch Zeugs zum einsammeln? Ich denke nicht, ne? Und, äh Und, äh Uh Ok, hier ist gerade Licht ausgegangen Warum auch immer Oh, jetzt beklauen wir sogar den Doktor Oh Mann, sind wir böse Gut Äh, äh, wo müssen wir hin? Ok Ok Hat sie? Ja Ist du ok? Alles gut Gut Das Boot ist fast fertig Wir können bald heim Ich komm nicht mit Was? Was redest du denn da? Ich habe meinen Platz gefunden Hier, auf dieser Insel Jason, ist das dein Ernst? Ups Lisa Ich will nur verstehen, was hier läuft Zum ersten Mal weiß ich genau, was ich will Und das werde ich nicht so einfach loslassen Du bist jetzt erwachsen, darauf habe ich so lange gewartet und... Nun verlässt du mich Mach's gut, Lisa Mach's gut, Lisa Der macht Oh, wir machen Lisa Lass ihn gehen Alter, was sind wir für ein Arsch Ok, wir können auch nicht mit dem reden Können wir mit ihm? Ah, ok Viel Glück an der Wall Street Die Show geht weiter Hey, bleib stark Ja Boah, sind wir ein Arsch Wir reden dann später Und danke für deine Hilfe Ja, bitte Hey Oli 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 Hey Leute Hört auf rumzustressen Der gute Oli bleibt nämlich beim Doktor E Du musst wieder zurück Warum? Du weißt doch, um's meiner Mom zu erklären Ja Oh, fuck Fuck Geh klar Verstehe Ich sag's ja Was, buddy Was, buddy? Pass auf dich auf Klar? Du auch Ach Ach Mensch Ach Mensch Wir reden dann später Und danke für deine Hilfe Ja, alles gut So und Geh einfach Okay Ich hau ab tschö ach scheiße ich hätte gerne noch mit der andere gequatscht und das erklärt aber naja ich will doch eben ein grünes blatt holen dann suchen wir uns den willi raus wo ist er agent willis wo müssen wir dahin ah hier amannakini doch ja auspassen genau das war ein harter abschied gut dann wollen wir mal sehen wie weit wir kommen jason ich hab lang nichts mehr gehört von dir dachte du wolltest weg hier nein ich bleibe hier ich nicht die russland operation ist aufgeflogen ich schließe mich der task force one for one und bin raus war sehr schön mit dir danke ach bevor du gehst du musst mir einen gefallen tun hilf mir heute zu erledigen das geht nicht wäre leichter ein weiter an einem samurana zu finden aber probiere es ruhig ich hatte meinen agenten da drüben er lebt noch glaube ich kannst du mir helfen hinzukommen auf meinem weg fliege ich über holzinsel wenn du mit willst ich schick die koordinaten perfekt ich werde da sein das flugzeug hebt gleich ab ob du da bist oder nicht okay fliege nach süden gut los geht's über stock und über stein wer kann das wohl sein aus ein unverletzt alles gut Ist da hier irgendwo ein Boot? Wenn ich dann habe, habe ich ein Problem. Au. Okay, fahren war noch nie meine Stärke. Äh, gut, gucken wir mal auf eine Katte. Ups. Entschuldigung. Wow, wow, wow. Was? Oh, wir kappten. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ups. Schade, dass es kein Turbo-Knopf oder sowas gibt. Äh, geradeaus. Ist es dann ein Minimab orientierend? Ups. Au. Ups. Ups. Ja, okay, ich weiß, du kochst. Dabei ist mir egal. Komm, fahr. Äh, Sekunde nochmal. Karte gucken. Ach, da muss ich hin. Ach, da muss ich hin. Okay. Wackelpulli. Wackelpulli. Jason ist wie ein Alamo hier. Die Piraten haben mich umstellt. Komm schnell. Aber nein, ich guck zu. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ach, nein. Ich bin so. Ich bin so. Die Penner haben uns die Luft rausgelassen Ich muss das reparieren Okay Mach mal hin Klingt als käme da noch mehr Ja, mach ich Plop Sonst ist auch jemand Oh, das war meine Munition Schlimm, ne? Ah, land nach, land nach, land nach Hey Das war knapp Warum habe ich auch meinen Munitions Das Ding ist verschossen Mein Munitionsvorrat Alter, wie lange brauchst du noch? Du bist tot, erst noch So Tot Schönen Nachlernen Schönen Nachlernen Schönen Nachlernen Schönen Anniversary